Ich rede vielmehr über den kleinen, leisen Alltagsmut. Und für mich ist der Alltagsmut so die leise, kleine Stimme, die am Abend sagt, versuch's doch einfach morgen nochmal. Wenn ich eins nie in meinem Leben sein wollte, dann ist es dick. Und wenn du mich gefragt hättest, Tanja, was willst du nie in deinem Leben jemals machen, dann hätte ich geantwortet, als dicke Frau auf einer Bühne stehen und öffentlich über mein Dicksein sprechen. Aber genau das werde ich heute tun, denn das Leben will manchmal was anderes von uns, als wir uns das so vorstellen. Und ich möchte aber auch sagen, dass es mir gar nicht so sehr ums Dicksein geht, sondern das Dicksein ist vielmehr der Platzhalter für das körperlich Nichtentsprechen, für das ein Stück Anderssein, als das Schönheitsideal uns das vorgibt. Mein Name ist Tanja Peters und ich mache Menschen mutiger. Und ich beschäftige mich hauptberuflich damit, was Menschen eben aus der Angst in den Mut bringt. Also die Hosen richtig voll haben und trotzdem aufstehen und für uns gehen. Und dabei rede ich nicht so sehr über den Heldenmut, wo man so am nächsten Morgen in der Zeitung liest, sondern ich rede vielmehr über den kleinen, leisen Alltagsmut. Über den Mut, den wir jeden Tag trainieren können und den wir auch jeden Tag brauchen. Und für mich ist der Alltagsmut so die leise kleine Stimme, die am Abend sagt, versuch's doch einfach morgen nochmal. Und ich spreche immer über den Mut, den du brauchst, dich in deiner Beziehung wirklich wahrhaftig und verletzlich zu zeigen, damit der andere dich erkennen kann. Und ich spreche immer von dem Mut, den es braucht, wenn du Führungskraft bist, und schwierige Gespräche führen musst, auf die keiner Bock hat, aber die zu führen sind. Und ich spreche auch über den Mut, den du brauchst, wenn du dich morgen selbstständig machen willst und dafür deinen Angestelltenjob an den Nagel hängst und weil es jetzt Zeit ist, das zu tun. Und ich spreche auch über den Mut, wirklich Nein zu sagen zu den Dingen, die du nicht mehr haben willst in deinem Leben und aus vollem Herzen Ja zu den Träumen, Wünschen, Bedürfnissen, die du dir erfüllen willst. Und ich trainiere schon super lange diesen Mut, nicht weil ich immer so furchtlos war, sondern weil ich natürlich immer so die Hosen voll hatte und weil ich so ein großer Angsthase bin. Und ich trainiere den schon sehr lange, diesen Mut, und ich musste aber feststellen, dass es so eine Mut-Sorte gibt. Da bin ich immer so ein bisschen, habe ich da so einen Schlenker drum gemacht. Und schmerzlich bewusst geworden ist mir das, als ich das letzte Jahr in der Schweiz war. Ich hatte einen sehr großen Auftritt. Ich komme von meinem Auftritt, ich bin Bahnfahrer, ich will also zum Hauptbahnhof und es gibt eine große Demo. Und ich renne so rum mit meinem Koffer und irgendwann sitze ich in der S-Bahn. Und ich bin sehr verschwitzt und sehr glücklich, aber auch sehr geschafft und sitze in der Bahn und kram so nach meinem Ticket. Und während ich so sitze, steigen zwei Männer in die Bahn. Und die sind sehr durchtrainiert, sehr kräftig, die sind tätowiert. Ich würde sagen, die hatten auch ein ganz gutes Aggressionspotenzial. Und die kommen so rein und sprechen amerikanisches Englisch. Und ich höre noch so hin, weil ich mal in Kalifornien gelebt habe, weil ich das so gerne höre. Und ich scheine bei denen auch irgendwie ins Blickfeld zu geraten. Und die beiden fangen an, mich zu beschimpfen. Und unter anderem sagt der eine fettes Schwein zu mir. Und was ich merke, also erstmal denke ich, was ist denn hier eigentlich schiefgegangen? Gerade haben noch 800 Leute geklatscht. Und jetzt sitze ich in der Bahn und werde beschimpft. Und das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, oder das zweite Gefühl, was ich hatte, ist, ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst für mein Versagen. Ich schäme mich zutiefst für meinen dicken Körper. Ich schäme mich zutiefst für die, die ich in dem Moment bin. Und was ich auch merke, ist, ich gehe in Resonanz mit dem, was die Männer sagen. Ich denke, die sprechen was aus, was ich heimlich auch von mir denke. Und da ist so eine leise, zarte Stimme in mir, die sagt, wer weiß, Tanja, vielleicht haben die beiden recht. Vielleicht bist du wirklich weniger wert, weil du so dick bist. Und irgendwie komme ich aus der S-Bahn in den Zug. Und dann hat man, glaube ich, so vier oder fünf Stunden Zeit, bis man dann in Köln ist. Und ich nutze die Zeit, um das mal zu reflektieren. Und ich sitze so gemeinsam mit meiner Scham in der Bahn. Und mir wird klar, früher hätte ich aus dem Schmerz die nächste Diät angefangen. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und 35 Jahre lang Diät haben zu diesem Ergebnis geführt. Das heißt, ich habe verstanden, diese Strategie sollte ich endlich mal in die Tonne klopfen. Und als erfolgreiche Unternehmerin würde ich niemals 35 Jahre lang eine Strategie ausprobieren, die nicht hilft. Also in mir wächst dieser Gedanke, jetzt doch wirklich mal zu investieren, anstatt in den nächsten abwertenden Gedanken und in die nächste Diät. mich wirklich mal darum zu kümmern, wie ich in die Selbstliebe kommen kann. Wie ich mich so annehmen kann in diesem Leben, wie ich nun mal bin. Und wie ich diesen Körpermut trainieren kann. Und in Köln angekommen, ist der Plan klar. Und ich fange an, mit Menschen zu reden. Ich habe Interviews geführt, ich habe Bücher gelesen, Vorträge gehört, mir Studien angeguckt. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie kann das sein, dass so viele, also Tobi hat es eben gesagt, der Alex hat es eben gesagt, dass es so viele Menschen gibt, die irgendwie tolle Talente haben, die toll in dieser Welt stehen, die tolles erreichen und trotzdem am Ende des Tages in den Spiegel schauen und es ihnen dabei nicht gut geht. Und ich habe eben Leute gefragt, die dem Schönheitsideal entsprechen. Ja, ich habe Leute gefragt, die Makel haben, ja, die sichtbar sind. Ich habe so versucht rauszufinden, was ist sozusagen der Schlüssel. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, ich glaube, wir nehmen unseren Körper in dieser Welt nur über die Äußerlichkeit wahr. Das heißt, wir nehmen unseren Körper nur über das Bild wahr, über die Fotografie. Und wir nehmen unser Körper nur wahr über den Spiegel. Und wir gleichen ihn dann ab mit einem Schönheitsideal, was uns irgendwie überall entgegenlacht. Ja, auf Instagram, auf Facebook, auf Netflix. Überall sehen wir diese wunderbar perfekten, schönen, ich glaube, Schlanksein ist wichtig, Jungsein ist wichtig, Straffsein ist wichtig. Es gibt auch eine gewisse Haarlänge, die anscheinend in ist. Und vor allen Dingen glatte Haare, das kenne ich auch schon seit jeher, dass ich mit meinen Krausenhaaren immer einen Ticken daneben lag. Und wir richten uns so nach diesem Schönheitsideal aus und erleben unseren Körper nur als äußere Hülle. Und dabei verpassen wir, was unser Körper eigentlich für ein Wunder ist. Also wenn du dich mal in den Finger geschnitten hast, dann kannst du deinem Körper dabei zuschauen, wie er sich selber heilt. Ja, und du tust nichts dafür. Und ich stehe gerade hier und ich atme gleichzeitig, ich rede, ich fühle meine Emotionen, ja, ich sehe hier den Hintergrund. Das mache ich alles gleichzeitig, ohne sozusagen viel dazu zu tun, sondern mein Körper macht das alles. Und am Ende das Wunder, also wenn du Frau bist, ja, zu wissen, also Laura ist ja, glaube ich, zum zweiten Mal gerade schwanger und wird zum zweiten Mal Mutter. Also wir können wirklich Leben in uns wachsen lassen und gebären. Und was machen wir danach? Wir schauen in den Spiegel und sagen, jetzt ist mein Körper aber nicht mehr so schön wie vorher. Und jetzt kann ich mich damit nicht mehr zeigen. Das heißt, wir verpassen völlig über die rein visuelle Wahrnehmung unseres Körpers, dass wir so viel mehr sind. Und das nächste Mal, also ich kenne das auch, Bilder von Auftritten, ja, dass ich natürlich mir das anschaue und dann mich ärgere, wenn ich gerade mit Doppelkinnen von unten fotografiert worden bin. Aber ich könnte doch viel mehr wahrnehmen. Das war ein geiler Vortrag. Und mit dem geilen Vortrag habe ich Menschen erreicht, anstatt mich zu überlegen, wie habe ich denn genau in dem Moment ausgesehen. Und so habe ich mit Menschen gesprochen, die auch diesem Schönheitsidealenstück entsprechen. Und da habe ich auch Dinge gehört, wo ich dachte, wie absurd, dass wir das alle machen. Also die, die entsprechen, sagen, es ist ein wahnsinniger Druck, dem auch weiter zu entsprechen. Weil ich werde ja älter oder ich werde eben mal schwanger. Ja, oder es gibt mal Weihnachten und ich muss immer dafür sorgen, dass ich diesem Bild entspreche. Und wenn man diese Menschen, Frauen und Männer, nach Selbstliebe fragt, dann haben die auch keine andere Antwort. Ja, sondern die haben eher auch das, naja, ich versuche die ganze Zeit krampfhaft zu entsprechen, aber irgendwie entspreche ich fast selber nicht. Obwohl ich, na, also man kennt es ja, dass Models sagen, ich bin zwar auf dem Cover, aber eigentlich bin ich das doch schon nicht mehr. Ich werde so gephotoshoppt, dass noch nicht mal ich, wo ich das mein Bild ist, dieser Realität entspreche. Und dann habe ich eine schöne Frau gefragt und die hat gesagt, Tanja, ich weiß, dass ich dem Schönheitsideal sehr entspreche. Ich finde das auch schön, bin da auch sehr dankbar. Ist ja irgendwie so ein Geschenk, ja. Aber was glaubst du, was passiert, wenn ich einen Raum betrete? Die Frauen, ja, die mich sehen, gehen sofort in Konkurrenz. Mich findet nie jemand sympathisch, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und die Männer, die wollen mich alle. Aber die wollen mich doch auch nur wegen meiner Hülle. Und ich warte immer noch auf den Mann, der mich erkennt für meine Seele und für mein Wesen. Da habe ich gedacht, okay, also anscheinend hilft es auch gar nicht, wenn wir maximal schön sind. Weil wir fühlen uns trotzdem vielleicht nicht wohl in unserem Körper. Und wir haben trotzdem vielleicht noch nicht den Traumpartner gefunden, weil alle nur auf die schöne Hülle schauen. Und wenn ich mit Menschen spreche, die sozusagen immer so halb vorbei sind, ja, oder die ein bisschen Bauch haben, ja, oder die eben irgendwie die Nase nicht ganz richtig haben, dann merke ich, dass die gefangen sind in der Idee, das löst irgendwie ein Thema. Und die sind in dieser Selbstoptimierungsschleife und die dreht sich ja dauernd, ja. Also die sind darin gefangen. Und wenn sie es nicht schaffen mit der Selbstoptimierung, dann sind sie in der Abwertungsschleife gefangen. Und ich will das nochmal sagen von diesem Ideal, ja. Davon lebt eine ganze Industrie, dass wir diesem Ideal nicht entsprechen. Das, was wir jeden Tag sehen, ist nicht Realität. Aber wir tun immer noch so. Und wir tun immer noch so, dass eines Tages wir doch entsprechen können. Ja, und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder die Industrie, also Mode, Kosmetik, wird einfach nochmal den Stab ein bisschen höher legen. Und so rennen wir ständig ein bisschen unzufrieden durch unser Leben und sagen, naja, wenn der Körper anders wäre, dann wäre es irgendwie schön. Und ich erinnere mich dran, ich folge ja auch Laura Marlena Seiler, die immer sagt, du musst deinen inneren Garten pflegen. Du musst das, was du versuchst irgendwie im Außen zu produzieren, erst im Innen finden und kultivieren. Das heißt, mit Selbstoptimierung wirst du nie zur Selbstliebe kommen. Aber mit der Idee, dass du deinen Fokus heute shiften könntest, dass wenn du auch einer von den Menschen bist, die sagen, ich bin so ein bisschen vorbei, ich bin so ein bisschen anders, ich habe ein paar Kilo zu viel. Oder vielleicht gehörst du sogar zu denen, die keinen funktionierenden Körper haben, die im Rollstuhl sitzen, die eine Erkrankung haben, die jeden Tag Schmerzen haben. Und vielleicht kannst du heute diese Entscheidung treffen und sagen, ich investiere nicht länger in Selbstoptimierung. Stattdessen schaue ich mal, was in einem Jahr möglich ist, wenn ich wirklich anfange, den Mut zu trainieren, voll und ganz zu mir zu stehen und wirklich das zu umarmen, wer ich bin, mit all dem Guten und all dem Schlechten. Und ich spreche immer so gerne, wenn ich über Mut spreche und sage so, ein mutiges Leben ist für mich, wenn wir uns wirklich in die Arena des Lebens trauen. Und wenn wir uns zeigen in unserer vollen Größe, mit allem, was wir können, mit allem, was wir sind, mit all unseren Erfolgen. Und wenn wir aber auch gleichzeitig bereit sind, uns auch zu zeigen mit unseren Schattenseiten, mit unseren Defiziten, mit den Wunden, die wir alle haben. Wenn wir das schaffen, das ist ein mutiges Leben und ein Leben aus vollem Herzen. Und ich weiß, wie viele Menschen immer wieder auf der Zuschauerbank sitzen bleiben, weil sie eben nicht ihre Schattenseiten zeigen wollen, weil sie nicht dazu stehen können, dass ihr Körper nicht entspricht. Und auf der Zuschauerbank sitzen bleiben heißt eben, ich gehe nicht schwimmen mit meinem Kind, weil ich irgendwie die Bikini-Figur nicht habe. Ich mache das Projekt nicht, weil dafür bin ich noch nicht schlank genug. Ich kann nicht auf diese Bühne gehen, weil ich äußerlich nicht dem entspreche. Und es ist so schade, weil es sitzen so viele Menschen auf der Zuschauerbank und kommen nicht in ihr Potenzial, weil sie ihre Hülle oder die Idee ihrer Hülle davon abhält. Und ich habe eine ganz andere Idee dazu jetzt entwickelt, wirklich in den Körpermut zu kommen. Ich habe die Idee, den Schiff zu wechseln und zu sagen, weißt du was, in diesem Körper wirst du keinen, in diesem Leben wirst du keinen anderen Körper mehr bekommen. Egal wie dein Körper ist so. That's it. Das Erste ist, komm klar damit. Nimm das an und sag Ja dazu. Das ist das erste Training. Und das ist hart, weil wir müssen uns vielleicht verabschieden von eines Tages. Ja, dann könnte ich doch mal. Aber wenn du das schaffst, ist schon ein großer Schritt gegangen. Und dann könntest du natürlich, also ich habe so drei Tipps für dich dabei, dann könntest du natürlich hingehen und dafür sorgen, dass das, was ich damals empfunden habe, diese abgrundtiefe Scham, dass es dir nicht auch so ergeht. Ich weiß nämlich, dass Körperscham oder generell Scham eines der schlimmsten Emotionen ist, die wir als Menschen empfinden können. Weil die Scham ist die Angst eigentlich, nicht zugehörig zu sein, nicht liebenswert zu sein, nicht wertvoll zu sein. Genau das, was ich damals in der Bahn gefühlt habe. Und wenn du diese Scham weghaben möchtest, wenn du etwas gegen diese Scham tun möchtest, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Denn Scham überlebt nur im Dunkeln. Scham, was Scham nicht haben kann, ist Licht. Das heißt, in dem Moment, wo du rausgehst und anfängst über das zu sprechen, was angeblich an deinem Körper beschämenswert ist, wirst du anderes erleben. Du wirst erleben, dass Leute sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Du wirst erleben, dass Menschen sagen, das habe ich auch. Endlich spricht mal jemand drüber. Und somit kannst du nach und nach die Scham aus deinem Körper und aus deinem Leben bekommen. Und das Zweite, was hilft, wenn du heute Lust bekommen hast, endlich in Selbstliebe zu investieren, dann geht es um Gedankenhygiene. Das heißt, beobachte dich doch mal und immer, wenn du einen negativen Gedanken über dich denkst oder sogar aussprichst, dann sag dir selber laut und deutlich Stopp. und ersetze diesen negativen Gedanken mit einem wirklich positiven, kraftvollen Gedanken. Und das Dritte, was du tun kannst für deine Selbstliebe und für deinen Körpermut ist, in die Dankbarkeit und Wertschätzung zu kommen. Also wirklich dich morgens hinsetzen, ja, wir kennen das alle, Dankbarkeitstagebuch führen, ja, wir wissen, dass das dazu führt, dass wir viele Dinge in unser Leben ziehen können, die positiv ist. Und so ist es auch hier, jeden Morgen sich hinzusetzen und zehn Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist und Wertschätzung hast für deinen Körper. Und dafür braucht es keine perfekte Hülle. Du kannst dankbar sein dafür, dass dein Körper dich trägt, dass du in diesem Körper das Leben erlebst, ja, dass du vielleicht gesund bist und schmerzfrei bist. Und ich kann dir versprechen, wenn du wirklich Dankbarkeit kultivierst, dann ist die Selbstliebe nur noch um die Ecke. Dann kannst du es wirklich schaffen, statt in die Selbstoptimierung zu investieren, in die Selbstliebe. Und das war das größte Geheimnis, auf das ich gestoßen bin, dass es am Ende des Tages immer um Liebe geht. Wir denken, es geht darum, dass wir einen optimalen Körper haben. Wir denken, es geht darum, dass dann endlich der Traumpartner kommt. Wir denken, wenn wir nur körperlich entsprechen, dann wird mein Leben richtig schön. Aber eigentlich am Ende des Tages wollen wir doch damit auch nur wieder erreichen, dass wir geliebt und anerkannt werden. Dass wir zugehörig sind. Dass uns jemand nicht den Wert absprechen kann. Und für mich ist das mittlerweile eine Abkürzung geworden. Anstatt die nächste Diät zu machen, mache ich all diese Dinge und merke, dass meine Selbstliebe jeden Tag wächst. Und anstatt mich weiter damit zu beschäftigen, wovon mich mein Dicksein abhalten könnte, gehe ich lieber in die Arena des Lebens und vertraue mir und glaube an meine Potenziale und glaube daran, dass ich trotz des Dickseins genau das in meinem Leben erreichen und kreieren kann, was für mich wichtig ist. Und am Ende, ich habe keine Ahnung, wenn ich diese beiden Männer nochmal treffen würde, aber am Ende möchte ich sagen, ich bin zutiefst dankbar für diese Begegnung. Weil sie hat bei mir einen Prozess ausgelöst, der in der Tat zu etwas Anderem und zu etwas Neuem geführt hat. Und heute könnte ich aus vollem Herzen sagen, wenn diese Männer nochmal da wären, vielleicht hören sie zu, who knows, vielleicht sind wir ja auch in den Staaten oder in der Schweiz und die hören gerade zu. Und heute könnte ich aus vollem Herzen sagen, deine Meinung zu meinem Körper ist für mein Leben nicht länger relevant. Mein Name ist Tanja Peters, ich mache Menschen mutiger und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Lebenszeit heute mit mir geteilt hast. Dankeschön. .